Ich mit einer starken Unionsfraktion dafür arbeiten möchte, dass wir ein klimaneutrales Industrieland werden und wir dort Ökologie, Wirtschaft und soziale Sicherheit miteinander verbinden. Wir erreichen, dass wir finanziell gut ausgestattete Kommunen eine intakte Verkehrsinfrastruktur, schnelles Internet und eine ausreichende medizinische Versorgung auch in der Fläche haben. Wir uns sehr für die Beibehaltung der dualen Berufsausbildung, für die massive Förderung von Existenzgründern, für die starke Förderung des sozialen und des privaten Wohnungsbaus und auch für die Reduzierung von Genehmigungsvorschriften einsetzen. Vielen Dank.